auch wenn ihr aktuell das auto nicht kaufen könnt im shop möchte ich euch dieses kranke auto trotzdem zeigen also wie ihr vielleicht unten rechts seht ist das video nicht ganz aktuellsten stand ja ich produziere immer vor und deswegen kommt es halt zu dieser verzögung aber trotzdem möchte ich euch dieses kranke auto nicht vorenthalten ja viel spaß leute und herzlich willkommen meine lieben zocker freunde ja wir sehen hier den wunderschönen bugatti chiron super sport und den hat sich einer aus unserer familie gegönnt den könnt ihr auch erwerben wenn ihr das wollt über das m menü dann shop autos und hier oben ist er bugatti chiron super sport 280 grand coins kostet der und wir wollen den heute einmal fahren ohne premium sprit und einmal mit premium sprit aber vorher gucken wir uns die daten an die fahrzeuge details wir sehen es hat einen startswert von 25 millionen und alles geht und installiert also besser geht es gar nicht wir gucken auch mal in den kofferraum rein der befindet sich logischerweise vorne wir haben leider bloß sechs plätze aber gut das ding ist auch einfach nur zum flexen gedacht so steigen wir mal ein also wie gesagt erst mal ohne premium sprit und dann suchen wir uns eine tanke mit premium sprit also ich tippe nur ganz kurz aufs gas und der geht schon ab also ich drücke noch nicht mal voll durch der ist völlig krank oder das auto ist völlig krank leute fahren damit auch gleich mal zum zum highway also man muss wirklich aufpassen im gas eigentlich soll man ja bis 100 von der stadt aber wir drücken hier die tube sind auch gleich bei der autobahn beim highway und das auto liegt auch perfekt auf der straße lenken tut sich geil jetzt geben wir volldampf und der beschleunigt extrem wir sind über 3400 kmh ohne premium sprit 450 fährt die kiste 460 schaffen wir auch hier mit bergen ab also wirklich völlig krank ja da muss man aufpassen wo man hier gegen fährt alter schwede das ding ist wirklich wirklich krass wir können gleich mal hier gucken ob wir den sprit bekommen natürlich ein längerer bremsweg bei so einer geschwindigkeit ja geht 8300 dollar zahlen mir das können wir uns ach nee doch nicht okay schade ja dann suche ich in der zeit mal eine tankstelle mit premium sprit und dann sehen wir uns gleich wieder so leute wir haben eine tanke gefunden haben premium sprit getankt und jetzt bin ich mega gespannt wie die kiste abgeht so fahren wir mal zum highway ist ja nicht so weit hier nochmal rechts aber wie gesagt die kiste geht schon ab und liegt wirklich gut in den kurven also da lohnt sich auf jeden fall das geld und jetzt gehen wir voll gas oh je schon über 400 490 500 500 500 auf den geraden fährt da mit wahrscheinlich ein paar bums und bergab schafft da so 520 wir fahren gleich mal andere richtungen hier ab geht's ja wie gesagt in der stadt muss man ganz schön aufpassen dass man nicht zu schnell fährt wenn du geblitzt wirst wird das teuer ja so aber hier kann man voll gas geben also wie ihr seht der liegt wirklich mega gut in den kurven also wie gesagt 500 schafft er auf jeden fall 520 ja man muss dann noch ein bisschen runter vom gas uiuiuiuiui das war jetzt nicht meine absicht leute aber der hat halt ist halt irgendwo ein zick zack geflogen gefahren ja 540 und ich hatte kopfschmerzen krasses leute das ist völlig op das auto oh man oh man oh man also wirklich wirklich krank also falls ihr ein krankeres auto hier in gta äh kennt schreibt das in die kommentare ich würde das mal testen wollen das auto ja leute das soll es gewesen sein mit dem video lasst gerne ein like und ein abo da und ansonsten sehen wir uns dann mit dem nächsten video oder nächsten livestream wieder also leute bis dahin und ciao ciao